Hi und herzlich willkommen zu unserer Präsentation. Wir sind die Gruppe vom Alpagocci und ich bin Helena. Jona. Wir haben eine ganz große, sehr grobe Skizze gemacht am Anfang. Und darüber erzählen wir uns im Laufe der Präsentation. Und zwar waren wir ein Team und wir hatten eine Version, die allen Menschen eine elektrotechnische Bildung ermöglichen, die Sozialinteraktion dieser Menschen und den Menschen generell untereinander zu stärken, Selbstbewusstsein schaffen durch Selbstwirksamkeit, hey, ich habe etwas geschafft, ich bin wer und ich kann auch was, und Nachhaltigkeit durch hochwertige Bildung. Der Prozess war, wir wollen diverse Alpakas-Design und es sollen, Technik, es soll eine Klemmfunktion geben mit Krokodils, also Klemmen, und es soll eine Löt- und Steckfunktion sein. Wir haben hier zwei Steckversionen gemacht. Mehr war nicht drin. Als nächstes kommen wir zu unseren Herausforderungen. Als allererstes, wir hatten nicht alle Materialien, die wir brauchen. Zum Beispiel das da hinten, das sind sehr große Steckplatten, die hatten wir leider einfach nicht, die gab es hier nicht. Und dazu gab es auch keine Sachen wie Lampen oder Knöpfe. Deswegen sind wir dann zu kleinteiligeren Sachen. Also wie man sehen kann, sind die schon deutlich kleiner übergegangen. Allerdings gab es das Problem, dass irgendwelche Displays sich nicht mit verschiedenen Microchips verbinden lassen, dass zu wenige Pins geteilt, die typischen Hardware-Probleme. Und im Endeffekt sind wir dann auf verschiedene Komponente gekommen. Die Komponente, die man hier sieht, ist ein Display, ein 3er, also Raspberry Pi 3 und drehe mal um. Die Kabels sind farblich markiert, damit ein Anfänger schnell erkennt, was ground, also ein Schrummkabel, was alles verbindet ist, und was die einzelnen Schrummkabel sind, die die Knöpfe ansteuert. Ja, das ist nochmal die entsprechende Frontplatte in Nahaufnahme. Der geplante Steuerungslayout war, dass wir vier Knöpfe nehmen, welche als Steuerkreuz verwendet werden, und einen fünften als Bestätigungsknopf und als zugrunde liegende Aussparung für das Sache haben wir das, naja, den Header von Jugendhack genommen, das Alpaka. Wir haben unsere Software in Python programmiert, und da haben wir halt in dem Fall jetzt den Raspberry Pi genommen, weil das halt sehr einfach theoretisch kompatibel damit ist. Als nächstes kommen wir jetzt noch zu den Funktionen. Hier könnte man noch einmal unser neuestes Layout sehen, also man hat halt verschiedene Funktionen. Das ist das Neueste, aber man kann das hier auch in echt sehen. Und zwar ist in der Mitte einmal das Alpaka, und hier oben ist halt der Lebenscount, und wenn man halt keine Leben mehr hat, dann stirbt man, also stirbt das Alpaka, nicht mal selber. Oder wenn man soziale Aktionen nicht macht, deswegen haben wir zwei gebaut, weil sie müssen miteinander agieren, weil sonst stürben sie. Wir hatten doch noch mehr, oder? Ich glaube, mein Laptop ist alle. Moment mal. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Unsere letztendliche Message ist, baut die Alpaka-Kitschuh-Farm auf, weil die ist sehr, sehr wichtig, und nur wenn es halt genug davon gibt, kann man gut soziale Interaktionen machen. Und diese Alpakas brauchen natürlich Mate, das ist eine Kundennahrungsmittel. Und Alpaka-Mate-Marken müssen wir vielleicht installieren, weil sonst wird es zu Koffein reich für das kleine Elektro-Tierchen. Die gibt es schon, die sind schon installiert, allerdings hat es leider nur drei anstatt vier wie wir. Ein Applaus für Lea Nacken. Ihr habt also ein Alpaka-Gotschi gebaut. Wie viele verschiedene Namensvarianten hattet ihr davon dabei entwickelt? Ich erinnere mich, dass hier einige waren und wir uns alle nicht sicher waren, wie heißt das Projekt jetzt eigentlich? Also ich glaube, es gab insgesamt so 50, wir sind immer ganz durchgang. Jeden Tag hat sich das so 30 Mal geändert und am Ende sind wir halt auf einen Namen gekommen, aber den verwechseln wir auch ganz oft mit anderen Namen. Aber so das Konzept ist immer ähnlich. Also es hieß mal Tokugotschi, dann Pomogotschi, dann Olympiochi oder so. Also ganz viele Namen, die wir irgendwie auf allen Skizzen unterschiedlich genannt haben. Aber das Grundkonzept ist immer gleich. Und man kann es halt noch größer bauen und dann kann es halt noch mehr Menscheninklusivität schaffen beim Bauen. Applaus. 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 Applaus.